Gibt es auch Kino hier? Also hier läuft momentan für die Messe ein Animationsfilm aus unserer Fertigung, wo die Herstellung des Fahrzeugs über die gesamte Entwicklungsphase gezeigt wird. Später im Betrieb wird auf diesem Monitor angezeigt, was die nächsten halbe Punkte des Fahrzeugs sind, dass der Fahrgast dann von innen sehen kann, wann sein Bahnhof irgendwo aussteigen möchte. Das eine von den SBB-Forderungen ist, dass die Bildschirme von sehr, sehr vielen Sitzplätzen sichtbar sind, dass jeder Fahrgast eigentlich zu jedem Zeitpunkt weiß, wo er sich befindet.